Es tut mir leid, dass Jax ausgeflippt ist, aber ich werde trotzdem gerne mit dir befreundet. Ja, ist okay. Ich verstehe es noch nicht. Kehre zu Annie ins Rathos und zähle dir, was mit Monika passiert. Ist... Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel sehr kurios... Oh. Nein. Dass das Spiel sehr kurios ist. Okay. Äh, jetzt reisen wir mal... Oh, das könnte da oben sehr hammermäßig werden. Äh, hier ist überall Sachen von Taco Bell. Überall. Wie ist Taco Bell? Da wollte ich gar nicht hin. Ja, ja. Schönen Tag! We can go see them again whenever you're ready. All right, then. Let's go. You know the drill. New Kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monika was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who said she likes me, then tried to stab me in the back. Right. So, we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Makeover! Was ist hier los? Let it! So. So. Warum? 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 Ja, ja, ja. So. Damit sehe ich doch schick aus. Okay. Was ist damit? Nein. Damit. Oh. Ernsthaft? Was ist da? Oh. Nein. Nein. Ja. Nein. Ich hasse euch, Mädels. Ich habe jetzt hier! Was sind Sie? Oh, nichts. Ich bin zu wissen, was unsere Freunde ist eine zwei-faced B****. Cool, wir sehen uns wieder. Awesome! Skink. Alright, jetzt geht's in da und in der Rekord-Rum. Find out if Jesse hat eine Abortion. Hallo, Jesse Rodriguez. Fassen wir das mal nochmal ganz kurz zusammen. Die Elfen, die Zauberer, Krieger, wie auch immer, möchten an sich zusammenarbeiten, dass sie an den Stab von Clyde kommen. Sie wünschen sich jede mögliche Hilfe. Okay, das ist ja kein Ding. Sie möchten wiederum, dass ich die Mädels frage. Auch gar kein Problem. Die Mädels möchten, dass ich zum einen erstmal jemanden gucke, ob es doppelzynisch ist, sprich mit gespaltener Zunge redet. Muss dann aber auf einmal gegen einen Typen kämpfen. Und jetzt soll ich zu einer nächsten Person gehen? Wegen irgendeiner Abtreibungs- und ungewollten Schwangersache? Und musst du mich dabei verkleiden wie ein Mädchen? Was zum Henker ist da los? Oh mein Gott! Anprinz? Okay! Äh, sprich mit der Rezeptionistin der Klinik. Ne, vorher geh ich kurz hier dran. Es ist auch... Fällt doch gar nicht auf. Hier mit einer Axt oder so, weißt du? Ähm... Das da hab ich gesehen. So. Hi! Here for an Abortion? It's okay. Don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Guess I'm staying out here. Ja. Okay. Ähm... Weckerts. Verkleide dich als Arzt. Ist okay. Nun werde ich irgendwo finden. Giftgranaten. So. Dann wollen wir mal kurz... Hi, I'm Dr. Poon Lover. Get on up in the chair and this won't take long at all. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay. We have a booster seat. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Chirurgenhandschuh. Nehmt gerne. Soll ich ja sowieso. Äh... Einmal. Zweimal. Dreimal. Sieht doch schön aus. Und was hab ich hier? Ja, ist okay. Äh... Zeigen wir das mal. Nein. Behalten wir das. Wobei das sieht scheiße aus. Nehmen wir die Evo-Perücke. Nein. So. Okay. Ähm... In den Record-Room. Jetzt darf ich ja dann... Access granted. Thank you, Doctor. So. Was haben wir denn hier? Die kann ich doch wohl angucken. Danke. Äh... Wo haben wir's? Äh... Fotoschießen. Ähm... Ah! Ah, dammit! Oh, it's you! Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but... Why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Tell us! What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy! Oh shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! What's going on? Taco Bell security! Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies, that's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! He's one of them! Tell people what you saw here today! Let's go! Quarantine the place! Quarantine the place! Ich will nicht mehr! Nehmen wir den USB-Stick mit. Haben wir hier noch was. Ja. Ja. So. Ich hab ein neues Tattoo. Hm. Die nutze ich jetzt mal. Äh. Biger Tattoo. Yeah! Äh. Biger Zeichert. Bio Gefahr! Äh. So. Gehirne! Oh! Und ich bin alleine. Das gefällt. Ich will sie lebend! Äh! Au! Ssssss. Resistent. Scheiße! Nee! Resistent. Ah. Sag mal! Ich bin dort. Fuck. Ähh. Schönen Tag. Okay, ich bin angewidert, das ist scheiße. Äh, da kommt's, macht's Trank, Heiltrank. Ja, hallo, ich wollte den Heiltrank nehmen. Jetzt müssen die Debuffs wegnehmen. Ich versuch's einfach. Fuck. Jetzt aber schnell. Alter, ich bin fast down. Ich bin wieder angewidert, aber ist okay. Okay, äh, beide, nehmen wir dich mal eben. Ach du Liebe! Mir hat das mal eher gefallen als den... Shit! Das gefällt mir nicht und ich bin angewidert! Ich bin so tot. Scheiße! Ich bin so tot. Ich hab's. Okay, den Kampf kann ich so nicht nehmen. Ähm... Ähm... Ändern. Ich möchte doch bitte wieder, dass es... Äh... Ablegen, Feuer. So, wobei die Idee wäre ja, war das das hier? Das da war das, da habe ich, naja. Ablegen, so. Was ist los? Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Autsch! So. 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 Scheiße! Du brennst, das heißt, dir gebe ich den Rest. Scheiße! So. Aber... Oh mein Gott! Du bist down, das heißt, dich mache ich jetzt fest. Autsch! Ja. Okay, das war die Einzige. Ja. Ach, und da die auch noch. Was ist los? Oh, wieso? Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Aua, ich habe doch gegen dich gedingenst. Aua. Shit. Okay. Das ist mir jetzt so ein Schnurz. Scheiße! Ich habe doch dagegen ge... Oh, Mann. Willst du mich verarschen oder was? Ich hasse diese Scheiße hier. Hm. Ach du lieber! Schwach. Verlohn. Mein Unleben! Wie langsam wollen wir... Alter! Nicht du noch hoch! Scheiße! Au, au! Schnell, 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 schnell! Ich bin ja down! So. Äh... Nehmen wir dich. Nein! So, du brennst. Das ist eine sehr... Alter! Alter, ich kann da nicht gegen antippen, oder? Wie? Das ist so schicke! Scheiße! Warte! Volle Deckung! Da komme ich nicht gegen an. Schweinehund! Das ist nicht wahr! Ich bin tot! Ich scheiße auf deine Brust! Nein! Hände hoch! Okay, Leute. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben sowieso spät abends. Ähm... Ich werde mich da nochmal demnächst dran wagen. Ich mache aber jetzt mal, wie gesagt, hier erstmal einen ganz kleinen Cut. Äh... Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und... Ciao! Hier... Hier... No, das...